Die Geschichte der Römer in Germanien umfasst eine Zeitspanne von etwa 500 Jahren. Ab dem 2. Jahrhundert vor Christus versuchte das Römische Reich auch Germanien zu unterwerfen. Zu den kulturellen Spuren aus dieser Zeit zählen archäologische Funde bis hin zu den römischen Städtegründungen. Die unmittelbaren Versuche, das rechtsrheinische Gebiet zur römischen Provinz zu machen, dauerten fast 30 Jahre. Im 5. Jahrhundert nach Christus brach das Weströmische Reich unter dem Druck germanischer Stämme zusammen. Germanien, der Begriff Germanien wurde erstmals 80 vor Christus vom Schriftsteller Poseidonius überliefert. Er wurde auch von Gaius Julius Caesar verwendet. Tacitus stellte Germanien in seinem Werk Germania aus dem Jahre 98 nach Christus als Region dar, die von verschiedenen germanischen Stämmen besiedelt wurde und vor allem durch Rhein, Donau und Weichsel begrenzt wurde. Tacitus nannte unter anderem die Stämme der Batava, Chetten, Tengdara, Usipa, Rukdara, Kamava, Angrevaria, Doigugna, Chassuvarie, Friesen, Schauken, Kimbern, Süben, Langobaden, Reudigna, Avionen, Angel, Varina, Eudosen, Suadunen, Nuitunen, Nariska, Markomanen, Quaden, Malzina, die gallischen Kotina, die illyrischen Osaburen, Haria, Helvekonen, Manimer, Helisia, Nahanavillen, Lugia, Goten, Sujonen und Situnen, die Penkainer, Venetha und Finnen rechnete er den Samaten zu. Im heutigen Hessen lebten die Ubeer. Die Überreste der Latine Kultur im rechtsrheinischen Gebiet zeugen von dem keltischen Einfluss erste Konflikte. Zu ersten Schlachten mit den Germanen kam es im Jahr 113 v. Chr. als Buiorix die Römer in der Schlacht bei Norea schlug. 105 v. Chr. verloren die Römer die Schlacht bei Arausio. Dem römischen Feldherren Gaius Marius einem Onkel Gaius Julius Cäsars gelang es. Die Teutonen und Ambronen in der Schlacht von Acquesextie 102 v. Chr. und die Kimbernen in der Schlacht von Fercelli 101 v. Chr. zu besiegen. Vorstöße Cäsars Gaius Julius Cäsar bekämpfte zunächst die unter Ariovist auf die linksrheinische Seite vorgestoßenen germanischen Stämme der Haruda, Marco Mannen, Triboca, Vangiones, Nemeter, Odyssee und Süben. Im September 58 v. Chr. gewann er die entscheidende Schlacht im Elsass. Cäsar eroberte im folgenden Berlum Gallicum in den Jahren 58 bis 50 v. Chr. sämtliche Siedlungsgebiete der Kelten im heutigen Frankreich und Belgien. Unter anderem ließe im Hunsrück das Römerlager Hermes Gaius errichten. In seinem Bericht De Bello Gallico beschreibt Cäsar auch die geografische Situation. Danach stellt der Rhein die Grenze zu Germanien dar. Zwischen zwei flotten Expeditionen nach Britannien ließ Cäsar im Spätsommer 55 v. Chr. eine Brücke über den Rhein bauen und unternahm einen 18-tägigen Vorstoß nach Germanien. Nachdem die Germanen ihrerseits über den Rhein vorgedrungen waren, veranlasste Cäsar 53 v. Chr. eine zweite Expedition über den Rhein. Die Süben wichen aber einer Konfrontation aus, so dass es Cäsar vorzog, gegen Ambiorix vorzugehen. Die beiden Rheinbrücken Cäsars werden im Neuwiederbecken vermutet. Zwei 2012 entdeckte Römerlager in Limburg werden diesen Expeditionen zugeschrieben. Unter der Stadthalterschaft des Marcus Vipsanius Agrippa von 39-38 v. Chr. noch eine weitere Rheinüberquerung der Römerstadt. Etwa bis 19-18 v. Chr. wurden die Uber ins linksrheinische Gebiet umgesiedelt. Expansion unter Augustus Augustus der Großneffe und Erbe Gaius Julius Cäsars war von 31 v. Chr. an Alleinherrscher des Römischen Reiches. Marcus Vipsanius Agrippa war zweimal Stadthalter Galiens und ließ ein Straßennetz bis zum Rhein errichten und die Knotenpunkte durch Truppen sichern. Die Gründung von Augusta Treverum, heute Trier, fiel in diesen Zeitraum. Die Sugambra überschritten im Jahre 16 v. Chr. vermutlich nördlich des heutigen Bonn den Rhein. Die V. Legion wurde in der Clates-Loliana vernichtet und ihr Legionsadler erbeutet. Kaiser Augustus ließ die Verwaltung Galiens reformieren. Sein nächstes Ziel war die Erlangung der Kontrolle über die Alpenpässe und das Voralpenland. Um 15 v. Chr. ließ er durch seine Stiefsöhne Drusus und Tiberius, den späteren Kaiser, die Expansion des Reichs in Mitteleuropa vorantreiben. In der Alpenregion und der Region nördlich der Alpen wurde die Provinz Rezia gebildet. Aus dem 15 v. Chr. angelegten Militärlager Augusta Vindelikorum entwickelte sich später Augsburg. Drusus sicherte die linke Rheinseite und ihre Wege mit Kastellen, zu den von ihm ab 13 12 v. Chr. angelegten Lagern gehören. Bonner als heutiges Bonn-Astbergium, ein Stadtteil von Mus und Ulpianovio Magus Batavorum im heutigen Nimmwegen. Sie wurden später Teil des niedergermanischen Limes. Ebenfalls angelegt wurde das Zweilegionenlager Mogunziakum, das heutige Mainz. Durch seine strategisch günstige Lager am Rhein gegenüber der Mainmündung wurde das Lager einer der wichtigsten militärischen Stützpunkte am Rhein. Die Römerbrücke bei Mainz über den Rhein ließ er rechtsrheinisch durch das Kastellum Matthiakorum sichern. Das Lager Vitterer beim heutigen Xanten diente als Basis für die Feldzüge und als Hauptbasis für die Flotte, die Klassis Germanica, die Terusus ab 13 v. Chr. errichten ließ. Er veranlasste 12 v. Chr. den Bau des Drususkanals und möglicherweise weiterer Kanäle, um mit Schiffen vom Rhein aus über die Zuidersee die Nordsee zu erreichen. In den Jahren 12 v. Chr. bis zu seinem Tod führte Drusus Erkundungszüge östlich des Rheins durch und erreichte Elbe und Saale. Über die Nordsee befuhr seine Flotte die Ems erlegte zwei Lager im Inneren der Germania Magna an. An der Lippe stieß Drusus auf die Sugambra und an der Elbe auf die Scheruska. In das Jahr 11 v. Chr. fiel die Schlacht von Abalo. Im Jahre 9 v. Chr. besiegte Drusus Mabode im Maingebiet, der sich weit nach Osten zurückzog und ab 3 v. Chr. Um die Markomanen herum einen mächtigen Stammesbund organisierte, dem unter anderem Hermonduren, Langobaden, Semnonen und Vandalen angehörten, sein Königssitz wurde Marobodum. Drusus starb 9 v. Chr. an den Folgen eines Beinbruchs, nach einer anderen Quelle an einer Krankheit. Sein Wirken beschrieben Cassius Jo, Florus und Valleius Pataculus. Tiberius übernahm 8 v. Chr. den Oberbefehl in Germanien bis 6 v. Chr. Er siedelte etwa 40.000 Sugambra und Süben ins linksrheinische Gebiet um. Entlang der Lippe entstanden Häfen und Kastelle, um den Vorstoß nach Osten zu unterstützen. Die Schiffe transportierten unter anderem Baumaterial. Lucius Domitius Anubabus drang als Stadthalter von Illyricum im Jahre 1 v. Chr. in das Gebiet jenseits der Elbe vor. Als Befehlshaber des Heeres in Germanien legte er die Pontes Longhi an. Zwischen den Jahren 1 bis 4 n. Chr. kam es zu Unruhen in Germanien, wie Valleius Pataculus berichtet. Nach seiner Rückkehr von Rhodos unterwarf Tiberius zwischen 4 und 5 n. Chr. die Germanen bis an die Elbe. Das Römerlager an Reppen an der Lippe wurde möglicherweise im Jahre 4 n. Chr. als Tiberius' Winterlager errichtet. Publius Quinctilius Varus wurde 7 n. Chr. zum Befehlshaber am Rhein ernannt. Auf dem Rückweg zum linksrheinischen Winterlager Vietera im heutigen Xanten wurde Varus im Herbst des Jahres 9 n. Chr. eine vernichtende Schlacht aufgezwungen. Seine Gegner in der Varus-Schlacht waren Chereuska, Masa, Jetten, Ruktera und Schauken unter der Führung von Arminius. Drei Legionen, drei Aen und sechs Kohorten gingen verloren. Insbesondere versuchte sich die Reiterei durch Flucht zu retten. Dabei kam Gaius Nomonius Vala um. Einige Flüchtlinge aus den Fußtruppen schafften es bis zum Castel Aliso. Die Römer zogen sich aus dem rechtsrheinischen Gebiet zurück. Sie ließen unter anderem Bergwerksanlagen zurück. Verlassen wurde auch die Standorte Dorlar und Waldgirmes an der Lahn. Nach diesem Debakel erhielt Tiberius den Oberbefehl. Er zog die Legionen 2, 13 und XX an den Rhein, verhielt sich aber zurückhaltend. Im Jahr 13 n. Chr. erhielt Nero Claudius Germanicus, der Neffe und Adoptivsohn von Tiberius, den Oberbefehl über acht Legionen. Feldzüge unter Tiberius Im Frühjahr 14 n. Chr. übernahm Tiberius das Kaiseramt. Die in Pannonien und Germanien stationierten Legionen meuterten wegen der Härte des Dienstes, der Länge der Dienstzeit und des geringen Solz. Die Legio 14 Gemina verweigerte den treue Eid. Und in einem Sommerlager schlossen sich die zusammengezogenen vier Legionen des niedergermanischen Heeres der Meuterei an. Germanicus hielt zu Tiberius. Es kam zu Zugeständnissen. Gaius Silius wurde im Jahr 14 n. Chr. zum Oberbefehlshaber des obergermanischen Heeres ernannt und blieb in dieser Position bis einundzwanzig nach Christus. Er befehligte die Legionen 2 Augusta, 13 Gemina, 14 Gemina und 16 Gallicke. Von drei dieser vier Legionen ist bekannt, dass sie ihren Standort bei Mainz hatten. Aulus Cecina Severus kommandierte die niederrheinischen Legionen I. Germanica und XX Valeria Victrix aus Köln sowie die V. A. Laude und einundzwanzig Repex aus. Vetera im Herbst des Jahres 14 n. Chr. führte Germanicus einen Feldzug gegen die Maser. Im Jahre 15 n. Chr. ging Germanicus gegen die Tschetten vor und zerstörte laut Tacitus deren Hauptortmation, dessen Lage bis heute nicht geklärt ist. Germanicus führte danach die oberrheinischen Legionen II, XIII, XIV und XVI in das Gebiet zwischen Ems und Lippe. Er gelangte in den Besitz des Adlers der Legion 19 und besuchte das Schlachtfeld der Varus-Schlacht. Arminius, Schwiegervater, der romfreundlich gesinnte Kerosger, Fürst Sigestes, lieferte 15 n. Chr., dessen schwangere Ehefrau Thusnelda an Germanicus aus. Aulus Cecina Severus führte die niederrheinischen Legionen E, V, XX und XX. Im Sommer 15 geriet Cecina auf dem Rückmarsch von der Weser in einen Hinterhalt des Arminius. Es kam zur Schlacht in den Pontes Longhi. Die Nachrichten für die römischen Truppen am Rhein waren so alarmierend, dass Germanicus Ehefrau Agrippina ausdrücklich verbieten musste, die Rheinbrücke bei Vetera abzureißen. Bei seinem Hauptfeldzug im Jahr 16 n. Chr. stieß Germanicus bis zur Weser vor. Ein Teil seiner Truppen wurde über die Nordsee und Ems herangeführt. Bei einem Sieg über die Maser unter Malavindus wird ein zweiter Legionsadler zurückgewonnen. Im Spätsommer 16 n. Chr. kam es gegen Arminius zur Schlacht auf dem Idistavisischen Feld. Schließlich kam es auf dem Rückweg noch zur Schlacht am Angrevarival, darüber hinaus erlitt die Flotte Verluste durch schwere Herbststürme. Germanicus wurde danach abberufen. Sein Triumphzug in Rom fand im Mai 17 n. Chr. statt. Die Kriegsführung in Germanien war für Tiberius zu aufwendig geworden. Man schätzt die gesamte Zahl von römischen Verlusten bei den Germanien-Feldzügen von Germanicus auf 20.000 bis 25.000 Mann. Im Jahr 17 n. Chr. führte Mabod Krieg gegen Arminius. Die Semnonen und Langobarden unterstützten nun Arminius, doch war Arminius' Onkel Ingiomet zum Konkurrenten Mabod übergelaufen. Arminius besiegte Mabod in einer offenen Feldschlacht nach römischem Muster. Im Jahre 21 n. Chr. wurde Arminius von Verwandten ermordet. Die germanischen Adeligen zerrieben sich im folgenden Machtkampf. Um 28 n. Chr. kam es zu einem Aufstand der Friesen gegen die Römer. Zeit nach Tiberius. Um 41 n. Chr. soll nach einem Sieg über die Schauken der dritte in der Varus-Schlacht verlorene Legionssattler gefunden worden sein. Um 47 n. Chr. erhoben sich die Friesen abermals und wurden von Gineus Dormitius Corbulo zurückgeschlagen. Im Jahre 47 n. Chr. war die Situation der Echereuska so desolat geworden, dass sie in Rom um einen geeigneten Fürsten nachsuchen mussten. Rom gewährte ihn daraufhin Italicus, Sohn von Flavus. Flavus war der Bruder von Arminius und stets romfreundlich gewesen. Zu den Nachfolgern von Italicus zählte Ceriomerus. Im Jahre 69 n. Chr. begann der Barthava-Aufstand unter der Führung von Julius Civilis. Die Seherin Velida sah die Erfolge der Barthava voraus. 5000 römische Soldaten wurden im September 69 n. Chr. in Vetera eingeschlossen. Im März 70 n. Chr. mussten sie sich ergeben. Das Kastell wurde von den Barthaven ebenso wie eine Reihe weiterer Lager zerstört. Julius Civilis erlitt jedoch in einer Schlacht bei Trier gegen Quintus Petilius Cerealis im Sommer 70 n. Chr. eine Niederlage. Im Herbst kam es bei Vetera zur Entscheidungsschlacht. Civilis musste aufgeben. Das Lager Vetera II wurde neu errichtet. Velida wurde 77 n. Chr. gefangen genommen und von Gaius Rutilius Gallicus nach Rom geführt. Danach verliert sich die Spur der beiden. Titus Flavius Domitianus ließ die Chetten in den Jahren 83 bis 85 n. Chr. aus der Wetteraut zurück in ihr Stammgebiet an Fulda, Wehrer und Weser drängen. Cereo Merus wurde 88 n. Chr. von den Schetten vertrieben. Er bat Kaiser Domitian vergeblich um Hilfe. Um das Jahr 85 n. Chr. errichtete Domitian die Provinzen Germania Superior und Germania Inferior. Der Sitz des Stadthalters von Germania Superior war Mogunziakum, das heutige Mainz. Hauptstadt der Provinz Germania Inferior war Colonia Claudia Ara Agrippinensium, das heutige Köln. Um das Jahr 80 n. Chr. hatten römischen Soldaten bereits die 95,4 km lange Eifelwasserleitung gebaut. In Betrieb bis etwa 260 n. Chr. versorgte sie Köln mit 20.000 m³ Wasser täglich. Im Jahre 89 n. Chr. riefen die römischen Truppen in Mainz ihren Kommandeur Lucius Antonius Saturninus zum Gegenkaiser aus. Der Aufstand wurde jedoch niedergeschlagen und Saturninus kam ums Leben. Gegen die Chetten, die mit ihm sympathisiert hatten, wurde ein Feldzug geführt. Um 98 n. Chr. zur Zeit Trajans resümiert Tacitus. Unsere Stadt ging ins 640. Jahr. Cecilius Metellus und Papirius Cabo waren Konsulen. Da hörte man zum ersten Mal von den Waffen der Kimmern. Rechnen wir von da an bis zum zweiten Konsulat Kaiser Trajans ergeben sich etwa 210 Jahre. So lange wird Germania nun schon besiegt. In dieser langen Zeit gab es auf beiden Seiten schwere Verluste. Im Jahre 110 n. Chr. wurde eine kugänische Siedlung bei Xanten zur Kolonia Ulpia Trajana erhoben. Zeit des Limes in Germanien. Die Grenzen des römischen Reiches wurden durch sogenannte Limites markiert. Die Planung und Vorbereitung geht schon auf Kaiser Domitian zurück. Zu seinen wesentlichen Aufgaben zählte die Unterbindung eines wahren Schmuggels. Als eine militärische Verteidigungsanlage wird er von der jüngeren Forschung meist nicht mehr verstanden. Ab 120 n. Chr. wurde der etwa 548 km lange obergermanisch-rhetische Limes zwischen dem Rhein bei Rheinbrohl und dem Kastell einig nahe dem späteren Legionslager Castra Regina errichtet. Er umfasste schließlich etwa 900 Wachtürme sowie 120 größere und kleinere Truppenlager. In Regensburg begann der Donau Limes ebenfalls mit zahlreichen Lagern wie Winde, Bonau und Kanuntum versehen. Die Donau bildete die natürliche Grenze der Provinzen Noricum und Pannonin gegen Norden. Allerdings bestanden zwischen dem Imperium und dem Freien Germanien enge ökonomische und politische Kontakte. Zur Provinz Germania Superior zählten die Civitas Taunensium, die Civitas Auderensium, Civitas Ulpia Syborum Nikrensium und weitere. Das Jahr 145 n. Chr. gilt als eine Zeitpunkt, in dem eine Epoche mit niedrigeren Temperaturen und ungünstigem Klimafaktoren begann, die bis 285 n. Chr. angehalten haben soll. Fest steht, dass die Unruhe zunahm. Die Tschetten fielen in Obergermanien 162 n. Chr. ein. Die Markomanen, Quaden, Nariska und Jay Sijin stießen bis nach Oberitalien vor und bedrohten 167 n. Chr. Verona. Mark Aurel ließ zwei neue Legionen aufstellen und überschritt in der Gegenoffensive 169 die Donau. Im Jahre 179 entstand das neue Legionslager Castra Regina im heutigen Regensburg. Im dritten Jahrhundert hatten sich neue germanische Stammesverbände entwickelt, die größer und schlagkräftiger als die früheren waren. Da zugleich die Bedrohung der römischen Grenzen im Orient massiv zunahm, wo um diese Zeit die Angriffe der Sassaniden einsetzten, konnten die Germanen an der Bindung Roms an anderen Fronten profitieren. Die Alamannen traten wohl erstmals 213 in Erscheinung und wurden durch Kaiser Caracalla am Main zunächst geschlagen. Spätere Auseinandersetzungen endeten unentschieden. Caracalla konnte sich den Frieden erkaufen. Im Jahre 233 durchbrachen Alamannen den obergermanisch-rätischen Limes und plünderten römisches Gebiet. 235 verhandelte Severus Alexander mit ihnen über einen Frieden, wurde aber von seinen eigenen unzufriedenen Soldaten ermordet. Sein Nachfolger Maximinus Trax drängte die Alamannen 235 zurück und führte seine Truppen tief in germanisches Gebiet. Das Harzhorn-Ereignis im heutigen Landkreis Nordheim in Niedersachsen wird als eine Spur römischer Soldaten aus diesem Jahr interpretiert. 241 durchbrachen Alamannen erneut den Limes Kaiser Gallienus soll die Germanen noch fünf weitere Male zurückgeschlagen haben. In der Schlacht von Apretus an der unteren Donau gegen die Goten kamen 251 Kaiser Adekius und sein Sohn um. 259, 260 still durchbrachen Franken und Alamannen erneut den obergermanisch-rätischen Limes. Die Jartungen wurden in einer zweitägigen Schlacht im Frühjahr 259, von der der Augsburger Siegesaltar zeugt, von den Römern geschlagen, als sie mit Beute und Gefangenen auf dem Heimweg waren. Die Kolonia Ulpia Traiana wurden durch die Franken zerstört. Angesichts der veränderten Lage räumten die Römer in der Folgezeit den Limes und das Dekumat-Land. Die kaiserlichen Truppen zogen sich an die militärisch sinnvolleren Flussgrenzen an Rhein und Donau zurück, die durch zahlreiche Festungen gesichert wurden. Unter Postumus kam es in den Jahren 259 bis 274 zu einem eigenen gallischen Sonderreich, dem Imperium Galliarum. Da man der römischen Zentrale zeitweilig nicht zutraute, Gallien und Britannien effektiv zu verteidigen. Zunächst wurde Köln Residenz, dann Trier. Aurelian unterwarf die Gebiete wieder Rom. Und Markus Aurelius Probus drängte die Franken und Alamannen 277 aus Gallien zurück und verfolgte sie bis über den Neckar und in die schwäbische, Alp. Er vertrieb Burgunden, Goten und Vandalen 278 aus Rezien, Spätantike. In der Spätantike kämpfte Kaiser Diokletian 288 gegen die Alamannen und drang bis zu den Donauquellen vor. Konstantin der Große kam 310 nach Köln und ließ von den Soldaten der 22. Legion eine feste Rheinbrücke aus Holz mit steinernen Strompfeilern errichten, um Feldzüge auf die rechtsrheinische Seite vornehmen zu können. Der Brückenkopf wurde durch das Kastell Divizia gesichert, heute Köln-Deutz. In der Spätantike wurde auch die Siedlung beim heutigen Xanten in der ehemaligen Kolonia Ulpia-Trejana als verkleinerte Treißenseminau gegründet. Um 300 wurde die Grenze des Imperiums durch den Donau-Iller-Rhein-Limes neu befestigt. Die Franken und Alamannen überfielen 352 die heutige Pfalz, das Elsass und die Schweiz. Der Cäsar Julian, der später zum Kaiser erhoben wurde, gewann zunächst die 355-56. besetzte Stadt Köln von den Franken zurück. In der Schlacht von Argentoratum im Herbst 357 schlug er die Alamannen unter Schnodomalp 358 besiegte er die Franken. Laut einer Notiz bei Amianus Marcel Linus ließ er sogar zeitweilig einen Teil des alten Limes wieder besetzen. Kaiser Greschen führte gegen die eindringenden Lentienser 378 die große Schlacht von Kulmar. Die Entscheidung brachte die Schlacht bei Argento Varia, über die ebenfalls Amianus Marcel Linus berichtet. Greschen führte danach den letzten römischen Feldzug auf rechtsrheinischem Gebiet durch, was allerdings seinen Zug nach Osten, wohin er zur Unterstützung gerufen worden war, entscheidend verzögerte. Der Ostkaiser Walens unterlag 378 in der Schlacht von Adrianopel gegen die Westgoten, was traditionell als Beginn der großen Völkerwanderung gilt. Nach dem Tod des Kaisers Theodosius I. und der Reichsteilung von 395 wurde ein großer Teil der weströmischen Truppen vom Rhein abgezogen, um Italien gegen die Westgoten zu sichern. Dies nützten mehrere germanische Stämme, um im Jahr 406 nach dem Rheinübergang in die römischen Rheinprovinzen und in ganz Gallien einzufallen. Die Süben kamen bis nach Nordspanien, die Burgunden setzten sich entlang des Rheins fest. Der Einflussbereich des weströmisches Staates nahm immer mehr ab, auch wenn unter Konstantius III. noch einmal eine gewisse Konsolidierung erreicht werden konnte. Um 420 kontrollierten die Römer gemeinsam mit den burgundischen Föderatien noch einmal die Rheingrenze. Zu einer wirklichen Erholung kam es aber nicht mehr. In der Schlacht auf den katalonischen Feldern im Jahre 451 besiegte ein römisch-westgotisches Heer unter Ezius die Hunden unter Attila, die zuvor Nordgalien verwüstet hatten. Auf beiden Seiten kämpften Germanen mit. Das weströmische Kaisertum endete schließlich 476, als Odoacker zusammen mit barparischen Hilfstruppen Kaiser Romulus Augustus in Rom absetzte und nach Neapel verbannte. 486 besiegten die Franken in der Schlacht von Soassange Seilgrius, der sich als römischer Herrscher in Gallien verstand und wohl auch noch am Rhein einen Rest römischer Herrschaft aufrechterhalten hatte. 493 besiegte der ostgoten König Theodorich der Große die römisch-germanischen Truppen in der Rabenschlacht von Ravenna unter Odoacker. Das Gebiet bis zu Donau und Bodensee blieb zunächst unter ostgotischer Herrschaft. Die viele römisch-antike Traditionen bewahrte, fiel aber spätestens in den 530er Jahren an die Franken.